Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dark Souls. Wir befinden uns hier im Horrorkabinent meiner Seele und zwar wahrscheinlich im Giftgebiet. Egal bei welchem Spiel, ich hasse Gift. Gift ist wirklich eine Erfindung in Spielen, die gehört verbannt. Aber gut, wir müssen durch, wir müssen da durch. Die Frage ist, wo gehen wir als nächstes hin? Wir sind derzeit voll im Sammelrausch und, ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich als nächstes hingehen soll. Ich kann natürlich wieder zurück. Oder auch nicht. Oh nein, ich weiß, wo ich bin. Nein. Es muss ja einen anderen Weg geben. Oh nein, darunter will ich auch nicht. Ja, jetzt schon. Gut, dumm gelaufen für die. Gut gelaufen für mich. Ach, hier gäbe es tatsächlich noch den anderen Weg. Den habe ich nicht gesehen. Okay. Na gut, ist auch ziemlich versteckt. So. Gut, ich hatte mal wieder eine Woche Pause beim Spielen. Mache immer so fünf Folgen. Ich freue mich dann in den Ast. Obwohl ich hier eine Leiche geholt habe, oder? Ja, tatsächlich, ich habe die Leiche da geholt. Ich kriege jetzt erst die XP, oder ist da gerade noch jemand runtergesprungen? Ich habe doch meinen Pfeil und Bogen, ne? Ich meine, der kann mir eh nichts. Ah, da will ich hin. Freunde, da will ich hin. Das ist mein Ziel. So, die können mir ja eh nichts, ne? Ich kann sie schon mal ein bisschen penetrieren. So, pass auf, dann kommen die gleich hinter mir. Und dann bin ich voll am Arsch. Weil die zu zweit sind. Aber da muss ich hin. Oh. Oh mein Gott. Da unten geht es doch noch weiter. Oh. Fuck. Kein kleines Gebiet wie das letzte. Wobei, das letzte gehört wahrscheinlich dazu. So, gibt es hier irgendwie eine Leiter oder so? Irgendwo, wo ich... Wo ich langen kann? Das gefällt mir gar nicht. Man kommt hier nicht weiter. Was steht hier überhaupt? Gelobt sei die Sonne. Hey. Ich kriege die ganze Zeit Erfahrung, Felix. Rein theoretisch könnte ich da raufspringen. Aber es ist nur rein theoretisch. Wenn ich sterbe, muss ich nochmal hierher. Und dann hänge ich hier wieder fest. Nee, wir müssen zurück. Die Tierchen hier waren nur eine Falle. Ich kann ja den ganzen Weg zurücklatschen, ey. Ach, guck mal. Meine Freunde. Au. Jetzt stirbt doch einfach, Mann. Ich hab zwar nicht nochmal zugeschlagen, aber gut, dass er es getan hat. Äh, ja. Wir haben sowieso noch nicht viel gemacht, außer ein bisschen Aggro gezogen. Deswegen würde ich sagen, gehen wir einmal kurz ans Lagerfeuer. An Spawnfeuer, wie es sich so schön nennt. Und dann gucken wir mal, dass wir irgendwie, äh, dahin kommen, wo wir uns wünschen zu sein. Gibt's hier irgendwo ne Leiter oder so, die mich wieder nach oben führt? Wie, weil, oben war ich noch nicht durch mit der Kunden. Alt, ich war hier nicht gerne um die Ecke. Ja. Hallo. Au, okay. Der, der Angriff dauert zu lange. Stirb von die. Oh, wenn das Schwert nicht so langsam wär, ey. Das wär viel, viel geiler. Oh, 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 oh. Kommt da was von oben? Ja. Ah, da ist ne Leiter. Danke, Dude. Ah, da ist ne Leiter. So, aber das funktioniert ja immer noch herrlich. Vielleicht sollten wir nur noch Backsteps machen, weil... Hä? Ich habe dich nicht gesehen. Wo ist das nächste Bonfire? Ich mag diese Ebene gar nicht. Oh, da steckt jemand drin. Okay, ähm... Gibt es hier noch irgendwas einzusammeln? Da geht es ja zurück. Oh, da geht es ja was einzusammeln. Oh nein. Oh nein, wieso trittst du denn? Oh, jetzt hat er Zeit zurück gehabt zu springen, ey. Hui. Der Eingriff dauert zwar 10 Jahre, aber er funktioniert. Wenn er nur nicht so lange dauern würde. Okay. Hä? Wie hat er mich denn getroffen? Ich habe keine Ausdauer mehr. Aber er ist tot. Huh. Okay. Seele eines Namenlosen. Ich hätte gerne eine andere Waffe vielleicht. Aber ich weiß nicht. Die Waffe ist schon cool, aber die ist so, 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 so... Ja, so, so langsam, ey. Vielleicht muss man sich einfach nur dran gewöhnen. Ich habe ein Secret hier. Schatten-Sachen. Ähm... Schatten-Sachen? Ähm... So, was sind denn deine Werte? Gift-Resistenz ist auf jeden Fall schon mal nicht so gut wie bei meiner. ... Und dann... Schatten... 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 Hier ist die Gift-Resistenz gut. Und das ist bestimmt eine leichte Rüstung, ich habe nicht darauf geachtet. Ich wette, es ist eine leichte Rüstung. Schatten, ja, das ist eine leichte Rüstung. Und wir kriegen hier richtig viel Giftresistenz. Wir sollten die komplette Schattenrüstung anziehen. Bis auf den Helm. Weil mein Helm ja besser ist. Schatten, Schattengamaschen. Na gut. So, jetzt haben wir schöne Giftresistenz. Das ist sehr gut, dass ich hierher gegangen bin. Und nun versuchen wir einen Weg zu finden, der nicht in den Tod führt. Ich wette, da ist irgendwas ja. Ich habe doch da schon irgendwie einen Kopf gesehen. Ich bin doch nicht blöde. Der glaubt, das Spiel, ich bin blöde. So. Aber das ist so verwirrend hier. Ich will hier nicht sein. Ich bin wieder hier. Okay, gibt es hier noch irgendwas? Außer den Freitod. So, die Frage ist, bin ich Fall und springe hier rüber? Ja. Ich habe es überlebt. Ich bin sehr glücklich. Ich bin ein glückliches Zero. Es ist zum... Äh, nein, bitte kein Gift. Nein, verschone mich. Nein, da ist er. Aber er trifft mich hier nicht. Oh. Gott sei Dank. Ich sehe ihn nicht. Ja, Kacke. Scheiße. Du schießt ja immer auch dahin. Bestimmt mit dir nicht. Ich bin schon gar nicht mehr da. Da war er irgendwo, ne? Hä? Bitte nicht vergiften. Bitte alles nur nicht vergiften. Ich treffe ihn. Er ist zwar unsichtbar, aber ich treffe ihn. Giftig. Ach, komm. Nein, äh, schnell ins... Nein, äh, nein. Doch, hier war richtig. Äh. Gott, ist das Giftkacke. Okay, pass auf. Ich muss definitiv, weil das dauert... Ich habe es doch ausgerüstet. Okay, das dauert sonst zu lange. Ich muss es auf jeden Fall ausgerüstet haben. Nein, das habe ich jetzt nicht getan. Fuck. Hallo, Dude. Komm doch mal her. Okay, ich habe seinen Rücken zwar nicht getroffen, aber ist mir egal. Er ist tot. So, komme ich irgendwie... ...unbeschadet da runter auf den Balken, oder muss ich dafür springen? Springen wäre echt kacke. Aber ich will den Glut. Also, wie es aussieht, geht es da lang. Ich versuche noch so weit wie möglich zu kommen. Was bist du denn? Oh, den schieße ich kaputt. Als würde ich da herangehen. Das sieht aus wie so ein riesiger Parasit. Ich versuche noch so weit wie möglich zu kommen. Okay. wie war es? ... oder Schatten Sachen. Giftresistenz 19 haben wir hier. Das ist der Helm. Nö. Offensichtlich ist schon irgendwie das Beste, ne? Da, 31. Schwarze Lederstiefel. Naja. Ich höre hier doch irgendwas rumlaufen. Das gefällt mir gar nicht. Vor allem, ich bin gerade mal ein paar Meter gelaufen. Da läuft er gerade rum. Oh, das ist eine Leiter an Runden. Interesting. Ich muss womöglich aber auch eine Runden. Wenn es hier nicht einen Geheimweg gibt oder so. Eigentlich will ich ja eher freudig einen Kekskleiner. Ich wollte ja hier hin. Runterspringen geht nicht. Da komme ich nicht hin. Um sich zu Fuß gehen. Ich hoffe einfach nur, dass ich irgendwann mal einen Bonfire erreiche. Und dass ich hier rüber komme. Geil. Ich bin offizieller Marsch. Ich höre so viele Gegner. Das ist nicht gut. Oder vielleicht war es nur der hier. Man weiß es nicht. Vielleicht ist er überstecken geblieben und hat die ganze Zeit rumgeschrien. Okay, hier ist auf jeden Fall eine Leiter. Jetzt hört auf hier rumzuschreien. Gib mir lieber einen Bonfire. Oh nein, ich sehe... Oh Mann, ich sehe Fliegen und irgendeinen Rundenrotz. Nehmen wir erstmal die Leiter hier. Ah, da unten geht es lang. Ach, ich habe die Leiter nicht gesehen. Versuch es mit der Untote. Okay. Wir müssen eine Erwägung ziehen, wo wir überall lang wollen. Ich sehe schon, da unten wird es richtig eklig. Irgendwelche Fliegeviecher. Riesenspinnen. Ach. Ich will nicht. Spiel. Mach es mir doch nicht so schwer. Ich weiß nicht, wo ich jetzt nächstes lang gehen möchte. Könnte hier die Leiter runter oder... Ja, komm, gehen wir die Leiter runter. Auf den Bonfire werde ich wohl noch eine Zeit lang verzichten müssen. Das Problem ist einfach nur... Dieser Gift-Tiny. Genau diese Typen. Auf die habe ich keinen Bock. Jetzt habe ich schon zwei getötet. Jetzt will ich umso mehr ein Bonfire haben. Gibt es hier ein Verstecktes? Oh nein. Hat zwar keine Ausdauer mehr, aber ich schlack dich trotzdem. Ach, fuck. So, nochmal Leben verloren. Da freut sich das Herz. Solle Aussicht, ja. Auf den Tod. Adlerschild. Okay. Ähm. Adlerschild. So, Adlerschild wiegt 6. Vergleichung. Ja. Hat es irgendwas Bestimmtes ein? Mit Adler, 40er Großschild, der leichteste und am einfachsten zu handbare Großschild. Großschilde sind sehr robust und wehren Angriffe ab, parieren es damit unmöglich. So verwendet man ihn als Schlagwaffe. Okay. Das mit dem Parieren finde ich aber ganz gut. Irgendwann muss ich das lernen. Und dann wird das nützlich sein. Hoffe ich. Okay, wir müssen wieder hoch. Ich hasse dieses Gift Level. Dieses Gift Level ist kacke. Ich hasse es. Ich hasse es. Ich hasse es. So, gehen wir beim Würmchen entlang, ja? Ihr seht schon, wo es lang geht. Oh, hi. Da geht es auch irgendwie lang. Wow, 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 Freundchen. Was sollte die Aktion denn bitte? Toll, danke. Wo auch immer du herkamst. Oh, so ein mieser Pisser. Ich hasse dich. Und dann gibt er mir nur so ein wenig zerbrochenes Schwert. Oh, ich seh schon einen lauernd Gegner auf mich. Vielleicht hab ich hier eine Abkürzung freigeschaltet. Pyro, innere Kraft. Oh, da ist eine Leiter. Geil. Einfach geil. Okay, aber da ist eine Leiter. Das heißt, wenn ich oben lang gehe, vielleicht ist es dann eine Abkürzung. Oh, das wäre so herrlich. Ah, okay. Ich seh da ein Durchlein. Ich hoffe, dass ich nicht auf den letzten Meter sterbe. Ah, das ist der Sprung. Oh Gott, nein. Ja, jetzt hab ich ihn geschafft. Nice. Was hat's mir gebracht? Ich seh nix. Alter, diese Kamera. Die bringt mich um. Hä? Okay. Da ist eine fette Leiter. Ah, okay. Ich weiß, wo die ist. Wir müssen wieder runter. Zu der Riesenzecke hier entlang, ne? So. Und dann gehen wir nämlich hier hoch. Ich hoffe, da kommt mir nichts entgegen. Kann ich hier schlagen? Ja. Kurz sicherstellen. Komm, ein sexy Hintern. Ja. Das guckt mir doch jeder an. Ich will hier einfach aus diesem Gift-Scheiß raus. Das ist der Horror. Mein persönlicher Horror. Hey. Okay. Okay, so viel dazu. Anscheinend keine Abkürzung. Hier kommt man nur hinter das Viech, damit man's töten kann. Ist wahrscheinlich. Ja, guck mal. Da unten geht's lang. Ich denke, da werden wir jetzt nämlich hingehen. Indem wir hier lang gehen. Das ist die Tricks-Kamera. Ah, hi, Kollege. Oh nein, du bringst einen Freund mit. Ernsthaft? So, ich bin zurück. Und ich muss sagen, die Gift-Viecher spawnen nicht neu. Was sehr, sehr gut ist. Das Problem ist, dass der da Hilfe von dem hier bekommt. Na komm, schlag zu. Nein. Wieso trete ich aus Versehen immer zu? So, kommt doch noch was, oder ist der Dicke jetzt alleine? Sprungangriff! Nein. Nicht, dein Ernst. Da kommt nur so ein Pisser. Und macht dir einen auf Dicken. Aber Sprungangriff war schon mal gut. Okay, Nachricht lesen. Gelobt sei in die Sonne. Am Arscher in die Sonne. Ey, ganz ehrlich. Bei diesen Level-Setup. Oh Gott! Bitte nicht. Also, ich kann euch sagen, Freunde. Ich hasse dieses Level. Ist das grauenhaft. Würde nicht schlagen. Soll wir von hier oben runterspringen auf den Töpel? So, weiter auf einmal. Kleine miesen Pisser. Ich bin übrigens zwischendurch gestorben. Ich hoffe, ich habe es eingeblendet. Wenn nicht, dann wisst ihr es jetzt. Ich bin runtergefallen. Meine Seelen verloren. Na gut, es waren nur 7.000. Also, so schlimm ist das jetzt nicht. Aber naja. Ich wette, hier ist jetzt ein Bonfire oder so. Irgendwie. Ich habe es halt richtig verkackt. Okay. Neue Gegner. Ich sehe schon. Hey, machen wir die ganze Sache einfach noch ein bisschen schlimmer, indem wir neue Gegner reintun. Ich wette, wir haben das Potenzial dieses Levels noch nicht mal ansatzweise gesehen. Was bedeutet, es wird schrecklich. Okay, der hält zum Glück nicht viel aus, aber er wollte Magie machen. Okay, das sind Magie-Furzis. Sehr schön. Ich muss nur schneller sein als er. Dann ist alles gut. Das Problem ist, was ich hier jetzt sehe, dass hier überall kleine Kackviecher sind. So fliegende Mistviecher. Und die werden mich richtig quälen, Freunde. Die werden mich richtig quälen. Davon könnt ihr ausgehen. Die sind schon prädestiniert dazu, mich zu quälen. Nein, noch nicht du. Nein. Ich hasse es hier. Der macht ja nicht mal eine Pause. Muss nur irgendwie sein Bein treffen. Lass mich nur sein Bein treffen. Ich habe nur noch 28. Wir können natürlich auch wie so ein Berserker hinlaufen und ihn einfach töten, ne? Geronimo. Mord und Totschlag. Mir ist egal, was hinter mir ist. Verzieht sie dich. Auf ewig verschwunden. Andere Sachen. So, wo sind die jetzt die Kackviecher, in die mich verfolgt haben? Nein, 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 nein. Oh Gott, ich sehe es jetzt schon. Ich hasse euch. Oh ja, ich hasse euch. Ich werde euch so absurd hassen. Nicht zu treffen. Vergiften mich. Geil. Am besten falle ich jetzt noch runter und bin tot. Hass auf ganzer Linie. Hass auf ganzer Linie. Oh, guck mal, wer da unten lauert. Wir müssen uns beilen. Und dann zuschlagen. Oh, wie jämmerlich er gestorben ist, ey. Oh nein. Okay, das tut weh, wenn er trifft. Und ich nicht. Töte mich bitte nicht. Ich tue es einfach nicht. Nein. Warum? Warum bin ich so quer? Natürlich kann ich nicht da durchschlagen. Ich habe Angst, runterzufallen. Das ist noch so ein Kackviech. Und noch so ein Kackviech. Oh nein. Oh, warum quälte ich mich so? Ach, ein Gottverdämpfer. Das ist ein Kackviech. Wunderbar. Oh, oh, Gift. Gift, Gift, Gift. Sei nicht vergiftet. Oh nein. Nein, bitte. Lasst mich einfach nur in Ruhe. Okay, zum Glück haben wir gute Giftkleidung an. Verdammt. Na, super. Ja, geil. Ich stecke fest. Wie sieht doch den, an der näher dran ist. Das ist ja ein normales Gift, ne? Wo ist hier das Bonfire? Da kommt schon der nächste angewixt. Was wollt ihr denn von mir? Wir haben mein Leben doch schon fast ruiniert. Als wenn ich jetzt zu dir runtergehe. Das kannst du vollknicken. Okay. Wir müssen das Bonfire suchen. Und dann einfach nur schnell hier raus. So schnell wie es geht. Oh, jetzt fühle ich nicht die Ende schmutzig. Ganz ehrlich. Okay. 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 Bonfire, Bonfire. Wenn ich ein Bonfire wäre, wo würde ich mich verstecken? Guck mal, das sind kleine Würmchen. Ich habe nicht mehr genug Pfeile und raus kann ich hier auch nicht mehr. So ein Bullshit. Nein. Oh Gott. Könnt ihr nicht jemand anderen quälen? Hier gibt es doch bestimmt genug. Ach ja. Ich habe Spaß. Ich habe Spaß an diesem Level. Da kommt der nächste Sack. Da kommt. Die spawnen einfach neu. Die spawnen einfach neu, Leute. Warum? 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 Ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es. Gift ist mir jetzt egal. Ich will einfach nur hin. Oh, die Rettung. Oh, die Rettung. Oh, ich kann nicht mein Level aufsteigen. Okay, Leute. Ich würde sagen, hier am Leuchtfeuer sage ich mal für heute auf Wiedersehen. Wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen Folge und dann quälen wir uns weiter durch dieses wunderbare Level-Design. Haut rein. Tschüss. Tschüss.